so wir testen hier einige sachen aus dem kübel von fleischmann und wir fangen an mit den turbo flyer böllern sind ja eigentlich böller denn hochfliegen tut da eigentlich keiner mehr davon den wir bis jetzt getestet haben sind von mooc wir zünden mal drei und schauen wie viele funktionieren ja sehr laut der erste hat schon mal funktioniert dann der zweite sehr unerwartet leider fehlfunktion und der dritte ja wohl also klare kaufempfehlungen sind wirklich sehr laut und 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 und